hallo ich begrüße dich herzlich willkommen zu meinem video ich hoffe du hast die feiertage gut rumgebracht mir ging's blendend jetzt habe ich ein bisschen zeit um ein kleines video für dich zu erstellen du weißt ja ich bin ja bei instagram seit zweieinhalb monaten intensiv unterwegs mir voll darauf zu bauen dazu habe ich ein kleines tool ein kleines programm das ist eine geile geschichte heute möchte ich dir ein bisschen zeigen was den letzten zwei monaten alles passiert ist lasst uns starten dazu muss ich meinen bildschirm teilen moment ihr seht mir mein programm voller wieder ihr seht ihr hortens hologram was sich alles entwickelt hat die leschen zeit hier sieht man die linien es geht rauf und runter die blaue linie ist das das folgen also das heißt ihr folgt und den folgt wieder und folgt man sich das geht immer rauf und runter das ganze gesunde wachstum also das heißt hier werden dann das programm automatisch leuten gefolgt und die wo sich zwei drei tage dann in mir anschließend werden dann automatisch wieder entfolgt ganz wichtig schon diese rote linie hier sieht man der wachstum also heißt er wie viel voller ich habe das zeige ich dir nachher im instagram account wie sie das entwickelt hat die lila linie sind die likes und die grüne linie komment ihr seht ihr seht ihr ein stellen runterfall und rauffall das heißt hier das zum das verhindern müsste man das programm täglich aktualisieren das mache ich nicht immer in sich hat einen tag vergessen dann ist natürlich so an die kurve natürlich ok funktioniert trotzdem läuft trotzdem weiter also wenn man das nicht aktualisiert weiß nicht warum es ist so ist es ist halt so ja jetzt möchte ich euch in meinem handy spiegelung hier seht ihr ok schließen meinen instagram account ihr seht ihr kommt wirklich sekündlich neue voller dazu und auch was sich alles entwickelt hier sieht man dass das programm also das instagram haupt account hier kann ich dann darum switchen hier sieht man auch habe schon zwei neuen arten behalten das heißt die leute schreiben die ich natürlich auch an oder das muss natürlich pflegen auch wichtig ist ich mache täglich eine post eventuell noch ein eine story also so ein bis zwei sachen pro tag also ich mache mir so eine halbe stunde arbeit damit hier kann ich dann weiter ihr seht ihr das bin ich zu weit ihr seht ihr mein profil und ihr seht hier 3.596 abonnementen bisher das ist richtig beachtlich was in den zwei monaten sind gut 2000 2200 neue abonnementen dazu gekommen also richtig gute und hier sieht man auch hier kann ich noch weiter gehen wie sie das alles entwickelt hat wie sie meine post entwickelt haben hier kann ich noch weiter scrollen dann gehe ich auf insink dann sehe ich was sich alles entwickelt hat die interaktionen sind die letzte woche bei 1231 also viel mehr wie früher jetzt früher hatte ich ca 4500 also hat sich fast verdoppelt also man sieht auch die profil aufrufe sind einiges mehr geworden oder man sieht auch die website klicks also ich habe hier auch eine webseite hinterlegt so wie ein business wird auch regelmäßig angeklickt oder ein der andere partner hat sich daraus entwickelt hier sieht man dann die inhalte hier sehe ich was sich entwickelt hat man sieht täglich steigt die interaktionsrate auf hier kann ich alle anzeigen hier ist habe ich eingestellt wie viel klicks also wie gefällt mir ich bekomme hier sieht man schon was sich gesteigert hat wenn man das runter scrollt dann die anfänge die ersten posts sieht man hat das ganz wenige 20 so sehr sachen und jetzt bin ich ja schon bei bei schoss im durchschnitt über 100 zu wasch unter 40 klicks also gefällt mir also wird immer mehr als meine post sind sehr beliebt und entwickelt sind sie ganz gut da kann man dann noch dasselbe bei den bei der store ist oder kann ich anzeigen lassen wie sich da habe ich ab und zu mal den scherz drinnen bis abwechseln und die post mache ich nur meine 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 business also was ich da hier am anfang wenn ich wenn die ist noch mal zurück gehe hier und eingegeben habe ich habe mein profil so ausgewertet unternehmer ich mache gute weine feinitze garten lifestyle also diese drei sachen man sieht dann auch in der post wie sich das alles entwickelt hat ja dann mache ich das wieder zurück und hier sind wir wieder im programm siehst du es hat sich eines getan und es hat doch noch die sich niemand beschwert was hat noch keine keine benennenswerte rückmeldung bekommen als funktioniert tadellos man darf es nur nicht übertreiben hier kann man ein paar andere sachen ein eingeben bekommen aber das mache ich nicht will ja organische traffic haben also organische voll die woche bleiben um mir natürlich auch dann der eine andere als partner gewinnen kann das funktioniert tadellos bin auch seit circa zwei monaten was hat nicht einmal zwei monate ein monat eine geile community dabei wo das natürlich alles gezeigt wird und noch viele vieles mehr ich bin richtig glücklich endlich mal das gefunden habe nicht wo ich vor drei jahren als begonnen habe immer den falschen leuten also den blender und den hater und diesen ausgeliefert sind und irgendwo eingestiegen bin dann läuft es mal gut und dann bricht wieder alles zusammen und hier habe ich mir einen weg gefunden der wir wirklich das auch alleine oder mit partnern wie auch immer geholfen wird über diese community bin richtig glücklich endlich den richtigen weg gefunden habe also wenn ich dass das wieder gefällt die man daumen hoch oder aber mir meinen youtube kanal vergiss nicht die glocke zu betätigen wirst du benachrichtigt wenn ich ein neues video hoch lade dem fall habe noch rechtliche schöne feiertage also restliche urlaubstage kommen gut rüber ins neue jahr wir sehen uns im kanal tschüss dein heinz